Rechtsanwalt, gibt's einen Rechtsanwalt, der was gegen die Räuberbande auftreten kann, der soll sich melden, ja, der was mir die 56 Millionen, ja, zurück, zurück bringt, wirklich, ja, wenn auf meinem Konto, ja, die sechs Sombolen oben sind, ja, ja, dann kriegt er zwei Millionen, ja, und das sag ich heute, ja, bring mir mein Geld zurück, ach, ja, was mir gestohlen wurde, ja, wenn du es auch schaffst, ach, ja, kriegst du zwei Millionen, ja, willst du zwei Millionen, ja, bring mein Geld zurück, mir, ja, auf meinem Konto wirklich wahr, wenn's oben sind, dann ist mir klar, dann kriegst du zwei Millionen, ja, bring mein Geld zurück, ach, ja, dann kriegst du zwei Millionen, ja, willst du zwei Millionen, ja, bring mir meine 56 Millionen, ja, zurück zu mir, ach, ja, die Räuber, Räuberbande, ja, hat mir 56 Millionen, ja, die Stohlen gestohlen, wirklich, ja, überall haben sie die Finger drinnen, ja, bring mir meine 56 Millionen, ja, zurück, 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 ach, ja, dann kriegst du zwei Millionen, wirklich, ja, bring mir mein Geld zurück, wenn's auf meinem Konto, ja, ist das Geld da oben, ja, dann kannst du zwei Millionen, ja, kriegen, kriegen, wirklich, ja, bring mir meine mein Geld zurück, ach, ja, mein sind 56 Millionen, ja, gibst mir mein Geld zurück, ach, ja, dann bekommst auch du, ach, ja,